Der richtige Erntezeitpunkt bei Aronia. Den richtigen Erntezeitpunkt bei Aronia kann man anhand des Fruchtzuckergehalts ermitteln. Dazu benötigt man ein Refraktometer. Auf das Refraktometer gebe ich einige Tropfen Aronia-Saft, direkt aus der Aronia-Beere. Danach kann ich den Zuckergehalt bestimmen, der hier momentan bei 15 Bricks liegt. Ab 18 Bricks kann die Aronia-Beere geerntet werden. Unter diesem Video in der Videobeschreibung erhalten Sie 50 kostenlose Aronia-Rezepte. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Gerne können Sie auch unseren Kanal abonnieren, damit Sie immer über neue Videos informiert werden. Vielen Dank!